was geht ab leute ich bin zurück also eigentlich bin ich schon eine weile zurück ich habe ein paar voltilam gefangen aber noch kein glück gehabt ich habe ein paar getauscht aber noch kein glücks voltilam den rest behalte ich erstmal bis morgen 8 uhr haben wir noch zeit da werde ich wahrscheinlich keine mehr fangen aber es wurde ja im letzten update hinzugefügt dass die alten pokémon sogar die mit 2017 oben rechts so markiert werden könnte vielleicht ein hinweis sein dass sie die anforderungen für lucky pokémon irgendwie lockern und dadurch dann nicht mehr august und juli 2016 nur noch garantiert lucky sind sondern keine ahnung auch 2017 da dann mit inbegriffen wird oder so dementsprechend warte ich da noch ein bisschen wer weiß wieso sonst sollten sie das extra markieren also schauen wir mal und da habe ich noch ein paar infos zu deoxys ich blende hier mal mein x-rate vom freitag ein momentan deoxys hype echt irgendwo hier unten richtig richtig low mache aber trotzdem so viele wie es geht ich schaue mal kurz nach wie viel ich gemacht habe schon ich habe bisher zwölf die oxys gemacht minimum 1 die woche und ihr seht ja der hat vier typen dementsprechend versuche ich da eigentlich immer so viele bonbons wie möglich mitzunehmen waren die anderen typen kommen wir werden sehen ich weiß nicht aber was jetzt am samstag passiert ist ein typ während der drei stunden vom cday gab es irgendwie ein bug was auch sonst könnte sich auch back für mannen auf jeden fall gab es wieder ein bug und für kurze zeit wirklich kurze zeit hat der deoxys tauschen können hat sich ein deoxys rüber getauscht welche auch noch mal ein und das sogar lucky geworden das ist lucky sammler nicht schlecht echt nicht schlecht gespeckt denke mal das wird irgendwann noch kommen dass wir die oxys tauschen können aber ja klasse sache dann gibt es auch eine sache die belohnt nämlich belohnung entschädigung die entschädigungen verbessert falls ein extra ausfällt da gab es früher ich will nichts falsch zu sagen auf jeden fall ein pass ein premium pass und ich glaube ein bisschen staub und das wurde jetzt vor kurzem geändert jetzt gibt es 50.000 staub und fünf premium pässe das ist ziemlich heftig da kann man sich sogar überlegen also man kann es ja eh nicht kontrollieren aber da ja das ist echt eine sehr sehr gute entschädigung bei mir ist ja einmal ein weg ausgefallen das war mein zweiter überhaupt und da gab es auch die schlechte entschädigung da war ich schon sehr traurig aber mit dieser entschädigung das hätte meine leider auf jeden fall gemindert aber das kann man eh nicht kontrollieren ansonsten könnte man krass pässe und staub farmen aber das war es auch schon wieder von mir ich habe unten kommen tage wie viele deoxys x-rays schon gemacht habt ihr nächste woche ein hatte die überhaupt schon mal ein wenn nicht check meine extra trigger videos ab das war es von mir leute wie immer liken subscribe kommentieren check die anderen videos ab folgt mir auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokemon is serious business